Was ist das Ziel für die Bewohner? Unser Ziel ist es, den Alltag für unsere Bewohner in Normalität und Würde zu gestalten. Ich versuche immer ein offenes Ohr zu haben für die Bewohner und auf die Bedürfnisse von ihnen einzugehen. Ich möchte den Menschen helfen, dass sie halt noch aktiv bleiben. Mir gefällt hier alles. Ich bin sehr zufrieden. Was will man mehr im Alter? Mein Ziel, dass Bewohner, dass sie Spaß noch am Leben haben, dass sie das kriegen, was sie noch wollen. Dass sie lachen. Die Bewohner geben einem so viel zurück, so viel Dankbarkeit. Mir macht mein Job Spaß und er ist gut. Und er macht mir Freude. Unser Umgang ist geprägt von unserer christlichen Grundhaltung. Die basiert einfach auf einem christlichen Menschenbild. Und das ist uns wichtig. Ich fühle mich einfach hier gut. Ich weiß, dass wenn ich nach Hause komme nach der Arbeit, dass ich etwas Gutes getan habe. Ich würde meine Mutter auch hier ins Haus geben. Ich wäre auch glücklich. Nun, ich würde mich etwas Gutes gehen. Ich würde mich auf etwas Gutes gehen. Ich würde mich nicht vielleicht garanti lassen. Ich würde mich auf eine andere Seite schauen. Und also assistierte mich überdriveen. Ich wäre einfach zu helfen, wenn du einen estou Thailand zu besuch inde. Und dann würde mich gerne inspiring das ter tails. joggerünüz Gutes Max und ihre Regierung Vielen Dank.